So, hier die große Liste der veganen YouTuber, die ich gut finde und ich finde die gut, weil sie Veganismus promoten, auch wenn ich einige Aspekte bei denen, bei manchen vielleicht nicht unterstütze, wie zum Beispiel Rohkost oder sowas, habe ich die trotzdem mit auf die Liste genommen, weil die einfach was für den Veganismus tun, die machen Menschen zu veganern, auch wenn sie es durch Rohkost machen oder was auch immer, ist das trotzdem gut, Hauptsache man macht Menschen zu veganern, es geht nur darum. Es geht nur darum, Menschen zum Veganismus zu bringen und Veganismus zu promoten, es ist faktisch egal, auf welche Art und Weise du das machst, Hauptsache du machst das, okay, deswegen hier die große Liste habe ich angefertigt mit sehr, sehr vielen Namen, sehr, sehr viele YouTuber habe ich da rausgeschrieben und es gibt zwar einige, die nicht auf der Liste drauf sind aus bestimmten Gründen, aber die allermeisten habe ich halt drauf getan. Ich denke, wir gucken uns die Liste an, so sieht es aus, gehen wir die Namen einfach mal durch, also ein Dankeschön geht raus an Jess Vegan Lifestyle, die ist groß und bekannt, vegan ist ungesund natürlich, vegan mit roher Energie, kennt man auch, Anna Laura Kummer, der Attila Hildmann, er ist ja auch veganer YouTuber, der KLS, natürlich ein Urgestein, der Misha Jan jetzt, auch Dankeschön geht da raus, Patrick Baboumian ist auch ein deutscher, veganer YouTuber, Patrick Reiser, auch veganer YouTuber, ist happy, mega sympathische Frau, Lichtblick, finde ich ganz toll, Jana Klar, habe ich auch schon mal ein Reaktionsvideo gemacht, auch sehr, sehr gut, Unge natürlich hier, ja, die größte Nummer würde ich mal sagen, der größte vegane, der ist der größte vegane YouTuber der Welt, actually. Corinna Fee, habe ich auch schon mal ein Reaktionsvideo gemacht, sehr sympathische, hübsche Frau, gefällt mir sehr gut, mir relativ egal, oder Mirella Vegetal, die Mirella, auch sehr gut, habe ich auch schon ein Reaktionsvideo gemacht, auch da, ja, herzliches Dankeschön an dich, Raw Spirit, Dankeschön, dass du den Veganismus pusht, Silke Leopold, vielen Dank, Raw Future, More Raw Food, Nadine Hagen, das ist so die Rohkostszene, geht auch ein Dankeschön, ihr macht genauso einen Beitrag, ihr macht die Menschen genauso vegan, von daher, absolut, ja, super genial, Daumen hoch dafür. Dann Nadine Hagen, da hatten wir gerade, Kars Handdance, ja, vielleicht kennt der eine oder andere auch ihn, da geht auch da natürlich ein großes Dankeschön raus, an seine interessanten Videos, mal, ne, ein bisschen was anderes. Marie Johnson, auch Dankeschön, Dzeko Wunsch, Moin Yamina, Philipp, das sind so ziemlich große Nummern, dann David Banana, High Carp Guru, ja, High Carp Guru, machen wir wieder Videos. Bettina Vogel, habe ich auch mit reingenommen, auch sehr, sehr gut, Capstonaut ist auch mit dabei, Pflanzenhunger, vielen Dank für deine Videos, Vegan Heroin ist auch dabei, Dankeschön, und der Graslutscher, okay, das ist die Liste, ich finde, die ist mega genial, das sind so die deutschen veganen YouTuber, das ist die deutsche vegane YouTube Szene, das ist meine Meinung, ja, und von daher, das sind die Leute, die den Veganismus vorantreiben, okay, das ist die Szene, vegane YouTube Szene. Sehr, sehr interessante Menschen dabei, mit sehr, sehr verschiedenen Meinungen und Ansichten, und, ja, manche pushen den Veganismus ziemlich stark, manche pushen den Veganismus nicht so stark, und, äh, trotzdem sitzen wir alle in einem Boot, ja, und alle bringen wir die Menschen zum Veganismus und kämpfen dafür, für eine bessere Welt. Deswegen, großes Dankeschön an alle natürlich, sehr, sehr großes Dankeschön. Ohne euch wäre das alles nicht möglich, ohne euch wäre die Welt nicht so gut, wie sie jetzt ist, und auch wenn ich überlege, früher, bevor ich noch nicht vegan war, hätte es die ganzen veganen YouTuber nicht gegeben, die, ähm, jetzt mittlerweile schon inaktiv sind, zum Teil, ähm, wir erinnern uns an High Carp TV zum Beispiel, ne, kennt ihr den noch, der war ziemlich cool, den gibt es ja überhaupt gar nicht mehr, und, äh, der Martin und so, ne, Carp The Vegan Up gibt es ja auch nicht mehr, und von daher, ja, das ist die aktuelle vegane Szene, und, ähm, ja, das allergrößte Dankeschön, ne, wir müssen alle zusammenhalten, wir müssen alle zusammenhalten, weil wir kämpfen alle für die gleiche Sache, ist egal, was für Meinungsverschiedenheiten wir haben, und, äh, wer wen mag und nicht mag, ne, das muss man einfach mal zur Seite schieben, und einfach mal gut sein lassen, und sagen, wir arbeiten alle, wir ziehen alle am gleichen Strang, ja, wir ziehen alle auf, auf diese Seite, auf unsere Seite, für den Veganismus, für den Planeten, für die Tiere, für die Gesundheit der Menschen, vor allem auch, ja, also bei mir ist das so, ja, da geht es um Gesundheit und Wissenschaft, von daher, vielen, vielen Dank, Leute, okay, bitte bleibt dran, das ist auch so ein ganz wichtiges Wort, was ich hier an alle Leute auf dieser Liste richten möchte, bleibt dran, lasst euch nicht unterkriegen, ich weiß, wir haben alle Hater, okay, wir haben alle damit zu kämpfen, die ganze Low Carb und Carnivore Diet und diese ganzen Bewegungen, die sind genauso am wachsen, ja, schlimm genug, deswegen müssen wir alle zusammenhalten, alle zusammen kämpfen für das Gute und weiter Videos machen, wir müssen Content hustlen, das ist ganz wichtig, ja, Content hustlen, das heißt, Content raushauen, so oft es geht, also oft es einem möglich ist, und von daher, lasst uns alle dranbleiben, ich habe bei Unge, habe ich mal gesehen, vor ein paar Tagen, der hat auf dem Livestream, der hat einen Livestream gemacht, wisst ihr, wie viele Zuschauer der hatte, 80.000 Zuschauer hatte der auf dem Livestream, das habe ich auch noch nie im Leben gesehen, das ist absolut ein brutales Brett und, naja, auf jeden Fall sehr, sehr gut, natürlich sehr, sehr gut, 80.000 Zuschauer, mein Gott, ich würde mich, glaube ich, komplett verlieren, stellt euch vor, ich würde meine hier Liegestütz-Challenge machen, ne, keine Ahnung, müsste ich irgendwie 17.000 Liegestütze machen, aber auf jeden Fall, ja, war das ziemlich lustig, von daher, Leute, vielen, vielen Dank, lasst uns so weitermachen, ihr macht sehr, sehr gute Arbeit alle, ja, ich mag euch alle, deswegen, ja, lasst uns alle zusammenhalten, ich reiche euch die Hand, deswegen, okay, halten wir alle zusammen, einer hilft dem anderen und dann werden wir das schon schaukeln, das Ganze. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und ihr könnt mich natürlich unterstützen, wie immer, sage ich immer, am Ende des Videos, in dem ihr Kanalmitglied werdet und den Veganismus unterstützt, ja, damit unterstützt ihr mich und ich mache Videos zum Veganismus, ich pushe den Veganismus, ja, das ist der Sinn der Mitgliedschaft. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, das war die große deutsche Vegan-Liste der besten veganen YouTuber, die ich empfehlen kann und von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und guckt ein weiteres Video von mir. Peace.